Das Elmauer Kaiserbad ist ein Erlebnisbad der Superlative, das im Sommer für ungebremsten Badespaß sorgt. Weit unbekannt geworden ist das Elmauer Kaiserbad durch seine vielen Attraktionen und seine Familienfreundlichkeit. Rein ins Vergnügen mit Freibad, Wasserkanone, Schwalldusche, Breitwasserrutsche. Das Freibad bietet Rutschen in verschiedensten Arten an. Mit 92 Meter Wasserrutsche, 91 Meter Blackhole Röwenrutsche und 55 Meter Turborutsche. Bio-Schwimmteich mit Sprunganlage, Bergola und Liegenischen. Das Elmauer Kaiserbad ist unter Familien sehr bekannt. Es ist ein wirkliches Highlight für Kinder mit einem großzügig angelegten Kinderspielplatz und Funpark, Kinderbecken mit Ministrömung, Beachvolleyballplatz. Genießen Sie unsere Hallenbad- und Saunaanlage.